Hallo Dreamik hier, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese super leichten Tierfarm bauen könnt. Viel Spaß! Wir starten damit, einfach eine normale Kiste zu platzieren und einen Hopper, der in die Kiste leitet, so wie hier. Dann nehmen wir uns Glas und platzieren das links, rechts und vorne davon, so dass wieder drei Blöcke hoch sind. So, also zwei Blöcke über dem Hopper. Dann platzieren wir hier einen Temporal Block, den hier rein und platzieren hier einmal einen Dispenser, der in die Mitte guckt. Den könnt ihr hier entfernen, könnt ihr aber auch lassen, wenn ihr wollt. Dann nehmt ihr euch irgendeinen Block und platziert den auf dem Dispenser und darauf dann einen Button. In den Dispensern auch ganz wichtig, müsst ihr den Wassereimer reinpacken. Jetzt sollte das Wasser rauskommen, wenn ihr auf den Knopf drückt, genau. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Tiere drin. Ich nehme jetzt hier mal einfach ein paar Kühe und platzze die mal hier rein. So, ihr braucht mindestens zwei da drin, dann reicht das, dann könnt ihr die vermehren. Ja, mehr könnt ihr natürlich auch rein machen, würde aber nicht viel bringen, der Aufwand fehlt so groß. Ihr seht schon, ab einer bestimmten Anzahl sterben die Kühe. Aber wenn ihr zwei Stück drin habt, dann könnt ihr oben hier einen Zaun drauf machen, dass sie auch nicht mehr rausspringen können. Jetzt seht ihr, die Kühe sind da gefangen drin. Wir können jetzt Futter nehmen, dann hier hochgehen, den Knopf drücken, dann werden sie hochgespült. Und dann können wir die hier füttern. Wenn sie jetzt Babys bekommen, dann werden da zu viele Tiere drin sein und die Kühe sterben. Der Loot landet dann hier drin. Ja, und wenn ihr fertig seid, könnt ihr das wieder ausmachen, dann ist es nicht so laut. Und ja, die Farbe funktioniert mit jeder Art von Tieren. Ihr seht hier Hasen, Schweine, Schafe, Hühner und Kühe. Könnt ihr auch so direkt miteinander verbinden, wie ich das hier gemacht habe. Eigentlich ein sehr simples Design, ist halt semi-automatisch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.